Hallo und herzlich willkommen zu Skywys Minecraft Survival Folge 704 Das reicht gerade bis die Welt geladen ist. Okay, gut. Dann machen wir hier zu. Das weg und das zu. Warte, ich muss schnell weg und facklen. Gut, das muss hier hinten fliessen. Das fliessen halt sonst. Ah, das fliessen nicht. Über die letzte Stufe fliessen es nicht drüber. Können wir die wegnehmen? Weisst immer noch nicht. Ist prinzipiell eigentlich nicht so schlimm. Die Monster schieben sich die schon runter. Wir sehen es euch jetzt, hoffentlich. Gut, win. Keine Fackel mehr, gut. Gut. Die hier noch weg. 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 Das fliessen jetzt hier runter. Geht auch nur eins, aber fliessen. Weg. Weg. Es fliesst gar nicht. Es bleibt beim Unterteil der Stufe stehen. Das ist vielleicht wieder mal so schlecht. Weg. 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 Lokalchalldeckern und St framfliken. Weg 뜻seil. Weg. Ob sie uns hier durchsehen, Monster? Gute Frage. Ich glaube, ich baue das Zeit wieder ab. Soll ich mich kennen? Wir werden mich sonst wegsprengen. Dann nehmen wir auch noch weg. So. Gut, jetzt ist es zu. Ein wenig Helligkeit hier drin. Gut, nichts mehr zu tun. Und hier das Wasser fliesst nicht runter, das ist eigentlich sehr gut. Da könnten wir es eigentlich fast mal testen. Ist alles zu. Ich denke ja. Wir haben nur Glas, also hier kann ich nichts spawnen. Da vorne. Ah. Du auch. Ich gehe mal kurz anschalten. So, die Folge ist ja 704. Wir haben gerade noch ein paar Teile hier. 704. Oben. Oben. Und weg. Mach da kein Y. in den Salon. Gut. Gut. Äh. Einschalten. Schauen. Hier schnell rein. Schauen. Wie es hier aussieht. Gibt es alles gut. Gut. Ich gehe hochschauen. ob das funktioniert Ich höre schon jemand, ein Skelett Die Tür haben wir natürlich offen Jetzt hat er uns eigentlich nicht gesehen Und adieu, adieu, adieu Viel besser, jetzt stellt sich's nicht mehr Ich gehe gerade runter Ich gehe gerade runter Ich gehe gerade runter Njum, 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 hätte es noch ein bisschen nach vorne getan. Jetzt hätte man eventuell Glas machen können anstatt Steinwald. Ja, tipptopp. Besser würde ich sagen. Ich kriege auch mehr. Oh, es ist Nacht. Ok. Dann bist du gleich laufen. So. So. Dann gehst du immer hier rechts. Dann lasst du vielleicht draussen. Dann gehst du noch ein bisschen auf zu gehen. Schau. Ah, da ist es? Hallo. Mach halt die Treppe hin. Dann darfst du wieder rauf gehen. Aber schnell ein bisschen weg. Einfach ein bisschen weg. So. 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 Danke. Ah, das reicht noch nie. Moment, zwei Treppen haben. So. 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 wenn wir ernten, dass es weiterfällt. Ich mache ein paar Brots für Tee. Nur für Tee, ganz allein. Ja, ja. Gut, Schaff. Äh, wir... Haben wir noch etwas? Zahe, die können wir runterziehen. Rote Beete haben wir noch Empte. Weil der Farmer schon dran ist. Ah. Und wenn ich einen Baum pflanze da oben So, dann rauf mit mir Das ist doch auch Türen können wir auch runter schmeissen. Alle Zortiermaschinen sind schon richtig. Das wird übrig geblieben bei Monolith. So, bei dem Krach, den es hier unten gegeben hat, wird die Strahlen hier unten. Wie hier unten aussehen von diesen Spinnen. Ah, da oben. Die Wände nicht runter. Wenn wir etwas hinzuhängen können, kann ich gegen Abenteuer. Alex, okay, da kommt ein bisschen. Das ist ja eine mega Menge, oder? So, jetzt. Alle Ausgang drängen. Ja, noch eine, noch eine, noch eine. Und die ganze Haufen. Spinnen gehen wieder runter. Noch eine. Und schiessen. Und schiessen. Und schiessen. Und schiessen. Und schiessen. Das heißt, wir werden schnell die Sortiermaschine anschauen. Dann müssen wir vielleicht mal ein wenig lernen. Schauen wir mal, wie die Hände runterfallen. Oh, das ist ein wenig lernen. Oh, das ist ein wenig lernen. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Okay. Oh, vielleicht können wir das... Jetzt können wir irgendjemanden verholfen. Gut. Achso. So. Das ist vielleicht die falsche Arie gewesen. Aber wir haben jetzt. Okay. Okay. So. Oh. 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 Violletto. 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 Dias. Musik Musik Drei Sehr schön Ah Jetzt schauen wir zurück Nächst. Mode Garrenlau Jetzt sind wir am Untergrund, weil sie die Regeln wieder zurückgeändert haben. Sie wollten eigentlich mal, dass es so noch hängt ist bei der Höhe. Hier haben wir Duckartsfleisch. Dann gehen wir einst verkaufen. Gibt es noch? Ja. Ich gehe hier zum Reparieren. Jetzt auf einmal ein violettes Geländchen. Das hat er gerne. Das ist ein Polar. Das ist ein Polar. Das ist ein Polar. Das ist ein Polar. Ja. Dann gehen wir hin. Ja, Kankoswastre. Wo ist denn die E-Works-State? Ja, für Platz. Gut. 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 Noch ein bisschen mehr. Gut. Gut. Schließlich wider Greg. Shawnee. futuroht. So, it's true. Stop. Wir könnten eigentlich das Ding noch ein bisschen runter schalten, wir sind ja jetzt hier unter uns. Komm mal auf die 10. Oh, ist die Zeit schon runter? Nein, mal tatsächlich. So, aber es höchst wahrscheinlich nicht. Ja, siehst du die FPS ein. Ah, leicht höher. Jetzt geht es über die Bänder. Ah, das ist schon ein bisschen höher. Ja, fertig. Gut, wir würden sagen, dass wir das mit dem erledigt. Und dann machen wir einen Sprung. Und wir müssen zusammen. Ja. 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 Ja.